So, letzte Folge für diese Aufnahmesession, nachdem wir unglaublich fett aufs Maul bekommen haben. Ich sehe keine Hoffnung, offenbar habe ich wieder dieselben Dumpel-Spieler drinne. Ich hoffe nicht, aber es sieht fast danach aus, immer Tracer spielen auf Körse Tolo. Ich sehe keine Hoffnung, aber ich sehe keine Hoffnung. Ich höre den Ruf. Oh Gott. Ich bringe Pandamonium. Ineas wird wieder auferstehen. Jetzt hängt es richtig an zu pissen. Ich bin mal ganz kurz afkar. Okay. Ich bin mal ganz kurz. Ich bin mal ganz kurz. Ich bin mal ganz kurz. So, ich habe kurz mal das Fenster zugemacht. Ähm, ja, wenn der Tyranne geht, haben wir ein Problem. Jetzt wird gedankt. Okay, dann werde ich wohl, äh... Da ist das Smash-Game. So, Smash-Variant. So, ich brauche einen Schaden. 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 Ich danke euch, Heiler. Erstklassige Heilung. Ich vergesse ganz eindeutig, dass die Savaria eine richtige Mana-Klampe ist im Early-Game. Gucken wir mal, letztes Game und dann werde ich Firearm machen. Ich danke euch, Heiler. Wir denken das so. Nicht genug Wut. Mana. Wer gehört mir? Erstklassige Heilung. Kämpft vorerst ohne mich weiter. Ein paar Angriffe haben wir schon bekommen. Erstklassig besser mal gleich fertig und dann kann das Smash gehen. Man könnte es da oben gewinnen. Geht ja eh bitt. Ja, geht. Blutgeleckt spielt er. Er wird also nur pushen gehen. Na, großartig. ons Licht brennt hell. Oh ho ho. Ha ha ha... Ha ha... Das ist die Rechte через mich ist gekommen. Oh ho ho... Oh ho ho... ...wurde kein Plan, kein Plan. der getötet Wohlverdient, Freunde. Für Absolut. Brillante Arbeit. Ich kämpfe für meinen König. Welt an Talent. Oh, da waren wir lieber nicht so greedy. Ich gehe zurück und werde schnell zum Brunnen gehen. Solche Stärke sollte gewürdigt werden. Wir haben den Kehl bekommen, sehr gut. Ich kämpfe für meinen Königreich. Endlich. Ich bin eurer lächerlichen Streitereien überdürsig. Zollt mir Tribut und erringt meine Gunst. Wir füllen weg. Endlich. Die Zeit der Gerechtigkeit ist gekommen. Gewalt. ぽ. Danke euch, Heide. Wir rücken vor. Das Feuer ist der Windlicht. Seid ihr zurück, ich habe keine Mana mehr. Ja, wir gehen. Nice Haben wir auch So, shit, mal Ich danke euch, Heiler Sturmwinds Licht brennt hell Kämpft gemeinsam Wollen wir sehen, wer mir dieses Mal genügend trittend zahlt? Wir rücken vor So So Schau mal ran, das sieht ganz gut aus bisher Versuchen wieder den Deckard Cain zu erwischen, irgendwie Scheiße, gut gemacht Was ist die heise Zoma? Ich bin gera Wie, ist die heise Zoma? Und Also Das war's für heute. Oh, tödlicher Stoß, definitiv diesmal. Oder? Ich bin schon stärker. Erstklassige Heilung. Solche Stärke sollte gewünscht wie ein Bro. Doppelkill. Nice. Bin überaus zufrieden mit dem Spiel, auch wie meine Teammates das gerade haben, aber noch haben wir das Ding nicht gewonnen. Schauen wir mal. Ja. 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 Schade. Das ist aber zu greedy gewesen. Das hätten wir nicht machen dürfen. Gute Kombo. ETC und Degard Kane ist halt mega strong. Die letzte Quest noch. Mir fehlen noch ein paar Globes. Sollten wir uns schon noch holen, um ein bisschen mehr Schaden zu haben. Na, wenn wir definitiv auf Waffenmeister gehen. Diese Schlacht ist noch lange nicht zu Ende. Nicht, dass es wieder so ausgeht wie vorhin, wo wir auch so krass überlegen waren, keine Force verloren haben und dann fanden wir ein Teamfight und dann ist die Sache gegessen. Okay, wir wollen den Boss machen, oder was? Alle in die Freiwurftzone. Okay. Sollte Kompromiss. Okay. Okay. Sollte Kompromiss. Okay. Sollte Kompromiss. Und wir kriegen den Kill wieder nicht an dem. Das war auch nicht gut gespielt. Ah, jetzt fängt es an, dass wir das hart verlieren. Er ist tot. Oh weia! Wir haben den Deggert-Candy aufs Korn. Es war gut gesund von Nasebo hier in der Ecke. Ob ich außen rumlaufen sollen. Und dann habe ich auch irgendwie zwischendurch wieder Mausprobleme gehabt. Dass ich dann auf einmal hier lang gelaufen bin, obwohl ich das gar nicht wollte. Na ja. Müssen wir auch mit leben. Wir haben echt mal eine neue Maus besorgen. Da labere ich jetzt schon mindestens seit zwei Monaten rum. Ah, sie werden den Boss machen und dann werden sie das Ding durchholen. Wir sehen immer noch Globes für den Bonus-Damage. Diese Schlacht ist noch lange nicht zu Ende. Wir denken dasselbe. Jetzt haben wir doch schon ordentlich rein gefeedert. Also Deggert-Candy willkommen, nicht die Tracer. Deggert-Candy. 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 Nein, ist das aber wichtig, dass er den Killer bekommt und den Boss. Gut, mir wurde schon langweilig. Gut gemacht, Freunde. Voran! Alle in die Freiburgzone. Feindliche Festung eingerissen. Wohlverdient, Freunde. Welt am Talent. Das Feuer der Schlacht. Wir haben die Niederlagen-Serie durchbrochen, ich krieg die Krise. Und so schlecht waren wir gar nicht mit den Barrieren. Wir haben im Mid-Game ein bisschen geschlafen und gepennt. Aber wir haben gewonnen. Guter Graeme. Er hat gepunished. So ganz zufrieden kann man aber trotzdem nicht sagen. Aber das bin ich an die seltenen Ausnahmen, wo ich tatsächlich mal ganz zufrieden bin. Aber wir haben die Niederlagen-Serie abgewendet. Wahrscheinlich kriegen wir jetzt sogar hart Minuspunkte. Würde mich nicht wundern. Ja, ein Minuspunkt. Persönlicher Rangausgleich. Das Spiel glaubt nicht mehr, dass ich hier hingehöre. Ich auch langsam nicht mehr. Dabei kann ich dagegen gar nichts tun. Die letzten Games waren einfach alles totale Nulpen, die ich im Team hatte. Aber hier war es ganz okay. Wir haben versucht eine Combo zu spielen. Deggert und ETC. Aber haben sie nicht hinbekommen. Naja. Wir haben die Tracer eigentlich ganz gut im Griff gehabt. Naja. Gut. Dann würde ich sagen, sehen wir uns zum nächsten Mal wieder. Danke fürs Zusehen. Tschö.